ihr lieben text liegt ihr bett hat wir nichts zu tun außer schlafen wie ist es eigentlich bei euch schlaft ihr viel schlaft ihr wenig ich bin eher einer die schlechte so gut wie gar nicht ich schlafe nur so sechs stunden ungefähr aber ich denke glaubt mal sechs stunden sind so ungefähr ich wollte wagen ich an machen ist eigentlich okay glaube ich für sechs stunden ich meine schon ich habe übrigens folgendes gemacht ein bisschen noch geholz gesäckelt meinen ganzen haufen der lag damit ihr das nicht mitbekommen müsst so so und so 66 ok da sind die hütten die hütte ist zwar nett aber ich muss ganz ehrlich sagen ich würde sie gerne streichen wollen kann man das ich würde gerne farblich irgendwie anders gestalten weil ich muss ganz ehrlich sagen so sieht mir sehr sehr freundlich aus das ganze keine ahnung schild wand schild slaughterhouse so hatte ich ja ich glaube ich kann man nicht an machen wie mache ich jetzt an das mann ist immer so dämlich dass man hier zwei verschiedene arten von von dings hat so ich glaube das reicht noch ich war das einer einer fehlt noch so ich lasse ihn mal hier liegen so was ist gleiche farbe hätten sie wenigstens mal verschiedene farben nehmen können damit man so was anders drauf schreiben kann mal gucken drücke e zum ändern des schilden namens ähm 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 Weiß ich, ich möge ich nicht. So. Himmel. Himmel. Der kann das nicht. Wie das schreibt. Schweine, Schweine, Werkstatt. Ist noch länger. Ich weiß es nicht. Ich überlege mir noch was. Ich überlege mir noch was. Was brauchte ich eigentlich hier? The Planker. So. The Planker ist gemacht. Das machen wir auch auf, damit hier ein bisschen Licht reinfällt. So. Ist ein bisschen gruselig irgendwie das Licht hier, ne? Schweine. Noch mehr Schweine. Das bräuchte ich mir immer mehr, ey. Es ist echt krass. Guck mal, wie viele es sind. Jetzt ist eine riesengroße Sauerei, ey. Geht, wir haben hier ein Weibchen. Ich weiß es nicht. Schau, dass das Holz immer gleich ist. Wie kann man das in Ändern? Ich bin noch echt am überlegen. Ach, guck mal da. Guck mal, es ist echt richtig viel hier geworden. Jetzt aber ran hier. Voll. Voll. Voll, 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 voll. Also für mich ganz klarer abgeschlagen ist hier unser Kohlkopf. Den werde ich aber trotzdem nicht wegschmeißen, sondern den werde ich hier behalten. Ich glaube, im Spiel vergammelt sowas irgendwie gar nicht erst. Den werde ich dann verarbeiten zu einer leckeren Suppe. So, da war was vergammelst. Vergammelst dich, da machst du dich weg, du Gammelstyp. Hier ist noch vergammelst. Und noch einer. Da ist noch ein Gammeli. Hier werde ich rumgegammelt. Hier wird gearbeitet. Das ist ein Bauernhof. So. Was war das? Ach, das waren die Pineys. Die Pineys von den Apples. Ich werde jetzt mal bei dem hier. Ach so, jetzt können wir eigentlich mal testen. Wasser, Wasser. Das ist doch eigentlich Wasser da. Aber hier wieder gar nichts. Das ist mit dem Wasser ist echt anstrengend. Und macht null Spaß. So. Oh, nein. Warum stehe ich jetzt hier? Du hast wieder da rein. Finger weg von dir Sachen. Nicht naschen. Nicht naschen. Denn lasst ihr. Ich würde gerne meinen, mein, 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 ganz ehrlich, mein, mein Slaughterhaus da hinten. Übrigens, ja, vielleicht, wo es muss da auch rein. Den würde ich gerne bräunlich streichen oder sowas. Ah, dieses Wasser gedüttelt hier. Dafür habe ich so eine schöne Sprengelanlage vor 100 Folgen gekauft und kann es nicht nutzen. Nur weil ich so ein blödes Windrad dafür brauche. Suchtspiel übrigens ist im Moment auch nicht nur bei mir, sondern auch bei einem Teil meiner Community. Hier. Range Simulator. Ich muss noch ein bisschen Milch besorgen. Ich hatte gerade eben schon ein bisschen Milch abgedingst. Bist du was zum Melken? Nö, wir sind männlich. Das ist zum Melken da. Melke, Melke, Melke. Jetzt habe ich richtig Bock auf leckere Milky Way. Was gesundes mit Milch. Die Bienen sind aber richtig hart drauf jetzt hier. Die müssen wir, glaube ich, auch mal melken. Minen, Minen melken. Dafür gibt es nämlich den Honigrechen. Müll ja immer Kacke wegmachen von dir. Was ist denn hier los? Alles voll geschissen. Schweinerei. Honig. Honig. Skis. Habe ich das wieder offen gelassen? Sonst müssen wir näher. Kommt es da. Was haben wir hier? 0, 0, 0. Bis auf die Waben aufzunehmen, was sehr, sehr minimales Gedrücke ist, macht mir das Honig. Honig sei ihnen am meisten Spaß. Geht nicht ganz rein. Schade. Hier fehlt uns immer noch einer. Ja, genau, das machen wir jetzt auch. Wenn ich jetzt mit dem Honig hier fertig bin, gehe ich mal zum Jäger. Was hat ihr denn davon? Das war eigentlich mein Plan vom letzten Mal schon gewesen. Hörst du jetzt auf hier? Mach mal auf. Komm, wie das Ding macht wieder Eigenleben. Diese Roboter von heute. Das ist doch so ein Terminator. Terminator. Oh, hier liegt ein Gummibär. Gut zu wissen eigentlich wäre, ob man die Dinger auch hier drin lassen kann. Wenn ich mal testen, aber nicht jetzt, wenn ich das gerade so ein bisschen mehr Geld brauche. Ach ja, das Ding hatte ich eben abgeschossen. Gleich. Das kam hier so rumgerobst. Da habe ich gedacht, das ist ein Angriff. Incoming. Und da habe ich geschossen. Ganz ehrlich, ich will nicht mit dem Anhänger dorthin fahren. Okay. Mir fällt noch keinen Namen für den Laden ein. Schon 13 Uhr. Wollt noch zum Jäger gehen, Mensch. Riecht noch was dazwischen hier? Oh, nö. Ich finde mir voll schön, wie der hier so liegt. Wenn man den so ein bisschen näher ran stellt, sieht ein bisschen interessanter aus. So. Okay, das waren schon mal die letzten Kraftreserven. Aber stimmt, die Käse wäre bestimmt auch schon fertig. Aber ich will jetzt über die Körpisköpfe hier erstmal loswerden. Lass es stehen. Lass es schön aussehen. So. Schön alles an Bord. Du sollst das auch schon drauf tun. Oh, wow. Wo hat der sich die bitte hingedreht? Das, 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 das. Eigentlich ist alles da. Wir können gehen, ne? Honig hat noch nicht ganz fertig. Ich will das auch jetzt noch nicht loswerden. Ich will aber ganz einmal nochmal den, ähm, das Tier nochmal zerfleischen. Äh, der Schrei. So, oben drauf. Den kriege ich bestimmt hier noch dazwischen. Sehr schön. Huh. Hä? So. Okay. Ich will den Kälsch auch mal langsam loswerden. Den fahre ich ja auch die ganze Zeit durch die Gegend. Ah, ne. Ich will nicht zur, zur Rosie. Wir fahren mal zum, zum, äh, Burger King hier. Huh, was ist hier los? Ach, den habe ich vor kurzem erschossen. Vergambeln die eigentlich? Nö. Konntest du voll nur essen. Easy. Der hatte ich mal beim, 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 voll, voll lange her eigentlich. Interessant. Vor Ewigkeiten abgeschossen. Ach, die paar Würmer. Die kriege ich auch. Ach, ob man, oh, da liegt ja immer noch ein Stückchen Fleisch vom letzten Mal. Cool, dass das Spiel das alles nicht, äh, deinstalliert oder sowas oder cancelt oder so. Cool. So. Das mache ich immer so mit die Bremsen. So. Erstmal vorne die Spitze ran. So. Rander. Was gibt's diesmal? Huhn, Rindfleisch, äh, Wildfleisch. Oh, Wildfleisch. 1,6. Das wird ein bisschen mehr Geld geben. Ching, 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 ching. Wildfleisch. Aber nur ein bisschen weniger. Äh, ein bisschen mehr. Also minimal. Alles verkaufen. Tschüss. Ist okay. Alles verkaufen. So, jetzt sind wir wieder. Wir hatten eben 5.000, bevor wir den Großeinkauf gemacht haben. Aber, ich muss ganz kurz was machen. Nee. Ich will's erstmal anders machen. So. Meine Herzplantagen, mein Herzplantagen-Transport ist das hier. So, okay, dann habe ich das erstmal hier. Wo ist das jetzt mal? Wo muss ich denn zum Jäger? Jäger, der war hier irgendwo da oben. Jetzt machen wir folgendes. Ach, ich muss sowieso da hinten hin. Ja, dann müssen wir sowieso. Oh Gott. Müssen wir sowieso an der Base vorbei. An der Base. An der Range. An der Range. Kann ich den einfach so beim Fahren abkoppeln? Ja, geil. Ich kann den beim Fahren abkoppeln. Ich liebe was. Ich liebe was. Oh, nee. Sei nicht doof. Oh Gott, hab ich übrigens auch verkauft. Den nehmen wir mit. Das nochmal mit. Weil wir werden bestimmt jetzt gleich wieder einen neuen finden. So, der Jäger ist da oben auf der Auferspitze. Jetzt holen wir uns das Gewehr hier. Aber es ist 8, 16. Oh, nee. Nee, nee, nee. Das ist keine gute Idee, Leute. Es ist nämlich jetzt schon 16 Uhr. Und um 20 Uhr wird es nämlich dunkel. Und ich gehe ganz sicher nicht. Wenn ich nicht da oben ankomme, ist es nämlich dann 20 Uhr. Äh, 20 Uhr. Gehe ich bestimmt nicht im Dunkeln wieder jetzt da rumjagen. Alles gut. Ach, Mann. Wir machen einfach folgendes. Die sind doch noch nicht fertig. Ja, nicht fertig. Ah, ja, okay. Okay, dann wird sich das irgendwie nochmal was verschieben. Aber wir werden das noch diese Folge machen mit dem Jäger. Wurst. So. Oh, dich, äh, wo ist es? Na, der kleine Würstchen. Komm mal her. Meine kleine liebe, runde Frigadell. Oh Gott. Die haben bestimmt nichts zu essen. Die haben bestimmt... Oh Gott. Scheißvieh, scheiß. Scheißvieh, scheiß. Scheißvieh, scheiß. Ah Ah Was mache ich denn da? Keine Zeit Keine Zeit zum Atmen Let's go Oh Ganz vergessen, dass ich den blöden Fischern hier auch noch was zu futtern holen muss Ich muss unbedingt ein Siedel in den nächsten Malen kaufen Unbedingt, 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 unbedingt Ganz wichtig Notiert Rosie Ich kann nicht mehr als 10 Kann ich nicht mehr als 10 Kann ich nicht mehr als 10? Ich guck jetzt mal wie viel das passt So Die faulen Säcke müssen hier oben drauf So So Easy Wir kriegen noch mehr drauf Oh Krieg ich nicht hier rein oder was Ach man Kommt die eigentlich obendrauf auch, können alle kleistern? Nicht Bestimmt schon, aber ich sehe es nicht Mensch, Rosie, das ist alles zu teuer bei dir Aber was soll man machen? Wir brauchen noch sowas, sowas wie so ein kleines Silo oder nicht so Silo, auch so eine kleine Ecke, wo man die Sachen hinschmeißen kann So ein paar Säcke Hier Großgeld wieder ausgeben Für meine kleinen Schweinchen Okay, ich glaube wir haben genug Futter Ja Da ist doch ein Sack Der hat sich einfach rausgeschlichen Let's go Schweinis Das Essen kommt Haltet euch fest Es gibt heute Haferbrei Oh mein Gott, kommen wir da vorbei? Zwei Easy Easy Oh mein Gott Alles gut, mach ich immer so Schnell hier erstmal Komm, lass mich vorbei Lass mich vorbei Schweine haben Hunger So Wir brauchen mehrere Futternäpfe Die Schweine fressen ja wirklich wie die Schweine Auch hier ist ein Null Guck mal hier, die sind fast am Verhungern, die haben Schweinchen Nicht, dass da schon irgendjemand noch verhungern ist oder so Geht's mit dem Trinken Geht's mit dem Trinken Ja, die ist so saufen, Mann Geht's mit dem Trinken Geht's mit dem Trinken Geht's mit dem Trinken Ach, Mann Ach, Mann, ey Ach, Mann, ey Ich muss echt unbedingt mich mehr drum kümmern Okay, jetzt Trinken ist da, Essen ist da Wir müssen echt nochmal darauf achten Och Gott Und Okay, meine ganzen Weibchen sind tot Tolle Show Oh, nichts mit Jäger heute Mann, ey Ich muss unbedingt in Silo Ich glaub, das Silo macht doch dann irgendwie alles selber von der Automatik Ich glaub, das Silo müssen wir ja trotzdem selber auch noch füllen Aber ich glaub, wir müssen nicht zum Supermarkt fahren, glaub ich Oder so, ne Okay, wir haben jetzt hier ein Problem Wir haben nämlich jetzt nur noch ein Männlein Und keine Weibchen mehr Also Milch wird's keine mehr geben Ich wollte nur das Problem ausmerzen, dass wir zu viele von den Männlein haben Das musste unbedingt gemacht werden Wo ist der Eimer? Guck mal, wie die fressen Ich glaub, die haben auch die anderen Die haben auch, glaub ich, auch kein Wasser mehr, ne Scheiß, Pflanzen geben hier die ganze Zeit Wasser Ich muss dann doch das Rad machen Weil sonst kann ich hier nicht mit, äh Komm ich hier nicht mit dem Klam, mit dem ganzen Murks, ne Gucken, hoffentlich stimmt mir da keiner Ich will hoffen, dass die schlafen Ja, die schlafen Ich will hoffen, dass Der eine liegt da hinten so ein bisschen anders Ich will hoffen, dass er schläft Ist ja jetzt nachts Oh Gott Ich will hoffen, dass die schlafen Das wäre sonst ärgerlich Also Essen hatten sie ja noch gerade noch bis zum, äh Mann Das ärgert mich so ein bisschen mit den Ziegen gerade Aber dafür haben meine Kürbisköpfe, haben Wasser bekommen Alles gut Mann, meine Ziegen Ich glaub, ich geh mir glaub ich nur mal eine Ziege kaufen Auch wenn ich kleine Babys habe Aber vielleicht Ziege, Ziegenfrauen oder sowas Haben wir hier echt selten Wir kriegen immer Männleins Und Männleins sind ein bisschen nervig Die machen zu viele Die lassen das Arme Weiblein nicht in Ruhe Wie im Real Life Wie im Menschenleben Ist der tot? Ach komm, ey Warum? Jetzt ehrlich? Geh mal weg, Mann! Ach, Mann! Ach, Mann! Äh Ist dunkel! Sieht man nix Und dieses Licht ist schrecklich Wusa, Leute, Wusa Aber selber schuld Habe ich selber Habe ich alles selber zu verantworten So, jetzt möchte ich mal ganzes gucken Welches Tier Tot ist, welches nicht Ne, sind alle im Leben Ne, ist nicht alles im Leben Ach, ist nicht alles im Leben Och, Mann! Was ist denn jetzt nur los? Sag jetzt nicht auch das Ich werd verrückt, ey Ach komm Alles kaputt gemacht Das ganze Scheiß hier Tja, Slotterhaus ist hier Ja Hoch 3 Hoch 3 Wow Ach, nein! Ich werd echt irre, Leute Ich werd echt gerade wütend Das kann ja nicht sein, ey Bist du nur 3 Minuten mal nicht da, ey Ja Ja, das Problem ist, ich hab keine Kein Weibchen Schwein Ach, Mann, ist das wie Fleisch Ich hab jetzt auch kein Och, ne, ich gehs immer raus Ich hab Bock jetzt hier gerade Och, Mann, ey Och Mach diese Scheißlampe aus Mist Selber gemacht, Decks Weißt du, was? Nimmst jetzt hier die Knarre und schießt hier erstmal Einfach alles kaputt Mann, ey Ey, das kann doch nicht echt wahr sein Steh auch bitte auf Ach Bin genervt Mega nervt Mega genervt Es nervt mich Das kann doch nicht sein Die Ziegen Die Ziegen, es geht noch Männlein müssen weg Wir haben zu viele Männlein Mann, ey Was für eine Schweinerei hier, ey Das ist einfach viel zu viel Ich kenn das gar nicht alles sauber Hier sieht sie aus echt, meine Herren Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass sie so explodieren hier Warte mal kurz, wie geht das überhaupt hier? Äh, wo geht das hin? Wo muss das denn hin? Wo muss das denn hin? Und nun? Wurde es jetzt hingeschmissen? Hä? Ja Keine Ahnung, was das sein soll Ich muss schnell was machen Ah, jetzt geht das schon wieder los Kurz genießt Ähm Sehr ärgerlich Ach man, nein Sehr ärgerlich finde ich das Nein, nicht eher sehr ärgerlich Richtig ärgerlich Richtig heftig ärgerlich Oh, das ist Ich hab echt gedacht, das passiert mir jetzt nicht mehr So Metall 18 Holz Hallo Schweini Nicht, dass du hier jetzt irgendwo rausklappst oder so, ne? Ich verstehe nicht Wo, wo geht das? Ach man, ey Wie geht denn das jetzt hierher? Ah, Käse Fleisch Wo kommt das denn hin? Das Zeugs Hä? Ja Verstehe ich Ich verstehe aber jetzt nicht Du kannst Nütztiere, die du in der Range ausziehst Schlachten und Fleisch erhalten Anschließend kannst du einen Topf unter dem Fleischwolf Ah, ich muss den Topf hier irgendwo hinstellen Ähm Um Vielen Dank. Ey Mann, ey, die spurten direkt los, als wenn das Ding frei ist, offen ist. Das ist echt schrecklich. Erschlagen sollte man sie, erschlagen. Mist, es ist eigentlich gar nicht so schlimm, dass jetzt die Schweine, dass jetzt die großen tot sind. Ist ein bisschen ärgerlich, weil das wollte ich nämlich nicht. Ich brauche die ja gleich. Okay, ich habe gar keinen Topf, also Arschkarte. So, dann machen wir mal auch anders kurz. Ich muss kurz das bauen. Irgendwie lädt das hier gerade, ne? Ob das ziemlich langsam wäre. So, hier. So, in der Hoffnung, dass jetzt hier kein Schwein drin ist. Okay, ich werde mal das folgendes machen. Wie kann man das machen? Wie geht das? Okay, man kann also kein Sohnfleisch reintun, ja? Das muss, okay. Ja, dann, keine Ahnung, stelle ich es jetzt. Ach, ist mir gewurst. Egal. Bleibt ihr einfach hier drin liegen. Ich mache jetzt anders. Ich mache das jetzt ein bisschen anders, Leute. Leute, wir machen das Ganze anders. Ich muss jetzt erst mal das Ganze Fleisch verkaufen. Das verkammelt mir, glaube ich, sonst oder sowas. Ich weiß nicht, wie ich das sonst machen soll. Ärgerlich, Mann. Ärgerlich. Das ist gut, dass ich Fleisch-Explosion. Okay, Lieben, ich lade mal ganz kurz ab. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Und dann werden wir hier mal das Ganze, die ganze Schweinerei mal aufräumen und mal einen Großverkauf machen. Also Geld kriege ich ja sowieso dadurch. Also ist es nicht, dass ich da jetzt verloren habe dadurch. Aber ich wollte mir eine Ziegen behalten. Ganz besonders meine Ziegen weiblichen. Ausgerechnet die Ziegenweiber sind natürlich alle beide verreckt. Das ist nicht, dass die Ziegen, deswegen muss ich einem Mann dran glauben. Einfach weil wegen Frust. Nein, ich brauche jetzt nicht so viele. Es sind so viele Weiber hier. Eigentlich viel zu viele Männer in dem Ziegenstall hier. Wie soll ich denn das Ganze hier noch aufräumen nachher? Okay, ihr Lieben, wir sehen uns in der nächsten. Bis denn dann. Tschüss. Chaos, Mann.